Ja, einen wunderschönen guten Abend zu sammeln! Es gibt Momente, in denen ungewasam eine Sicht sein kann. Momente, in denen man nur damit Anstand und Menschlichkeit warst, wenn man sich gegen einen Befehl, gegen den Druck von Vorgesetzten oder auf den Druck in der Masse auflegt und gegenlegt. Es gibt Momente, in denen der Einzelne die globalische Sicht hat, zu widersprechen und sich zu... Unsere Freunde von Jülich Solidarisch sammeln für Impfstoffe. Ja, aber wir werden uns natürlich auch daran beteiligen. Wir sind nämlich solidarisch. Die solidarischen Jüdischer werden Jülich Solidarisch bei ihrer Spendenaktion selbstverständlich unterstützen. Das heißt, wir werden gleich vor deren Augen eine kleine Spendendose hinhalten. Da darf dann gerne jeder eine Kleinigkeit hineintun, die wir dann dem Demonstrationsleiter der EGEN-Demonstration überreichen werden. Weil nicht nur die sind solidarisch, sondern auch wir sind solidarisch. Das war Großomer's. Das war die Suchtaqu finerste Yaplbe! Ja! Das war großartig. Ja! Das Einzige, was ich leider noch grün gehört habe, ist, dass man unser Geld nicht möchte, sondern dass wir deren Demo zu verlassen haben. Ich danke allen, die gespendet haben. Wir werden das Geld für einen sozialen Zweck einsetzen. Und ja, wenn ich will, der hat schon. Ich danke allen. 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 Ich danke allen.